Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Mittwoch, dem 11. August 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1059. Heute mit den folgenden Themen Bern, W920, Generation 6, Google One und Mi Mix 4. Ich starte gleich mit der Bundeshauptstadt von der Schweiz, mit Bern. Die kann man, wenn man jetzt mal möchte und aktuell Corona und Reisen so ein Thema ist, auch digital erleben. Bald schon soll es aufgeschaltet werden. Link dazu ist schon mal in den Shownotes platziert. Ein offizieller 3D-Rundgang, den man durch Bern anschreiben kann. Also durchfliegen, reinfliegen und solche Geschichten. Oder auch durchlaufen, quasi wie durch die ganzen Gassen etc. Macht Spass, auch wenn man die Stadt nicht kennt. Ich habe es gestern zwei, drei Menschen, die mir, die noch nie in Bern waren, mitgeteilt oder rübergeschickt. Die haben sich das Video zumindest dazu mal schon angeschaut. Und ja, kann man machen, wenn man möchte. Ansonsten einfach wieder vergessen. Weiter geht es mit Samsung. Und die haben ja heute Nachmittag ein Event, ihren Unpacked Event, wie immer im August. Früher wurden da Notes gezeigt. Heute wird, so wie es sich zeigt, wahrscheinlich unter anderem die Galaxy Watch 4 gezeigt. Die neue Google Wear Smart Watch, die nicht mehr auf dem eigenen Tizen-Betriebssystem ist, sondern wieder auf dem Google-System. Ich bin sehr gespannt und werde eventuell noch, es kommt darauf an, wie der morgen verläuft, am Event teilnehmen. Oder auch nicht. Ansonsten auf jeden Fall morgen euch darüber berichten. Was haben wir da? Ein um die 20% schnelleren Prozessor, der auch noch weniger Akku versäuft, genau, benutzt oder braucht. Einer der ersten 5-Nanomillimeter-Chip, der auch 4G-LTE integriert hat und so weiter und so fort. Wir werden sehen, was da genau kommen wird heute. Weiter geht es mit Fossil und die müssen sich natürlich auch rüssen, da Google und Samsung das Ganze zusammen angesteuert haben, möchte man bei Fossil mit seinen gefühlt 100-100 Marken nicht hinten anstehen. Und die haben jetzt auch eine Webseite aufgeschalten, wo sie eine kommende neue Smartwatch ankündigen. Auch die soll schneller sein, auch die soll auf Wear OS 3 basieren. Aber man hat sich noch nicht dazu geäussert, was das für einen Prozessor und sonstige Hardware mit drin hat. Man munkelt mit dem Snapdragon Wear 4100. Ich hatte es ja vor kurzem mal vom neuen, noch nicht offiziell vorgestellten 5100er. Für den wird es wahrscheinlich nicht reichen. Dann gibt es seit gestern auch Google One. Das ist der Google-eigene VPN-Dienst, den es eigentlich schon länger gibt, aber jetzt gibt es ihn auch offiziell in Deutschland, bei uns in der Schweiz noch nicht. Ihr bekommt ihn mit dem grossen Cloud-Angebot, was Google hat, also Google One, wo ja 2TB in Begriffen sind, Speicherplatz etc. Und da soll auch das VPN-Angebot integriert werden. Läuft aktuell nur unter Android, also noch nicht auf iPhones und lässt sich da relativ einfach starten. Mein Tipp ist einfach, wenn ihr ein VPN nutzt, nutzt ihr euer eigenes oder einem, wo ihr dem Dienstleister vertraut. Denn ja, die Daten sind natürlich sicher, bis auf das, was der Dienstleister mitnehmen kann, wenn ihr denn dann möchte. Und ich will ja Google nichts unterstellen, aber eben. Genau. Zu guter Letzt habe ich noch ein Thema. Xiaomi Mix 4. Ein Tag bevor Samsung vielleicht auch ein neues Smartphone zeigt. Man weiss ja nie, das Note steht immer noch im Raum. Auch wenn es nach Gerüchten zu folgen eher nicht so sein wird. Aber knapp eine Woche bevor Oppo seine Möglichkeit vorstellen wird, haben sie ihr neues Smartphone gezeigt. Hört auf den Namen Mi Mix 4 und ist das erste Smartphone von Ihnen oder ein nächstes. Ne, stimmt nicht, hatte nicht Xiaomi schon eins. Auf jeden Fall ist es ein Smartphone, welches keine Selfie-Cam oder zumindest keine sichtbare Selfie-Cam besitzt. Die ist unter dem Screen eingebaut. Da wäre natürlich ein eigener Test mal spannend, wie das Ganze sich verhält und ob das Ganze auch funktioniert mit eben den ganzen Durchscheinen etc. Das wird sich dann erst in den ersten Tests zeigen. Ansonsten ist das Modell vollgestopft wie nichts. Was haben wir? Amoled-Panel mit Full HD plus Auflösung 120 Hertz Bildwiederholungsrate. Die Kamera auf der Rückseite hat einen fünffach optischen Zoom mit 108 Megapixeln. Ihr habt einen Qualcomm Snapdragon 888 Plus Prozessor verbaut, der unter anderem auf 8 oder 12 GB RAM zurückgreifen kann. Und auch sonst ist nur das Beste vom Bessen dabei. Plus ein sehr, sehr schnelles Schnellladen, was aber nicht mehr, also was das Smartphone auf nicht mehr als 37 Grad Erhitzung bringt. Das wäre mal spannend, sich das Modell ein bisschen genauer anzuschauen. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Wie gesagt, heute Nachmittag noch ein Event von Samsung. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode wieder, wenn ihr mögt. Euch bis dahin einen schönen und erfolgreichen Tag. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.